In diesem Video geht es um die besten Hauswasserwerke. Der Qualitätssieger in unserem Hauswasserwerktest geht an das Kärcher BP3. Dank des umfassenden Druckausgleichsbehälters arbeitet die BP Home Pumpe auch bei geringer Wasserdurchflussmenge leise und energieschonend. Das integrierte Manometer ermöglicht die ständige Kontrolle über den Druckzustand der Pumpe. Damit bleibt nichts dem Zufall überlassen. Der integrierte Thermoschutz sorgt für Sicherheit im Notfall. Das Hauswasserwerk schaltet automatisch ab, sobald die Pumpe trocken läuft. Die per Schrauben am Untergrund fixierbaren Pumpenfüße garantieren dauerhaft einen sicheren Stand. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Güte HWW1000E. Das zuverlässige Hauswasserwerk HWW1000E ist ideal zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch- oder Grundwasser geeignet. Darüber hinaus eignet es sich bestens zum Fördern von Wasser aus Brunnen und Zisternen. Mit dem leistungsstarkem 1000 Watt Motor erzielen Sie eine maximale Fördermenge von 3500 Litern pro Stunde. Damit können Sie beispielsweise Ihr Zisternenwasser für Ihre Toilettenspülung nutzen. Das Hauswasserwerk besteht aus einem Edelstahlpumpengehäuse und verfügt über Entlüftungs- und Entwässerungsschrauben, Druckmanometer, ein Ausschalter, Transportgriff, Druckschalter, Motorschutzschalter, Edelstahlkessel und ist spritzwassergeschützt. Bei dem 19 Litern Edelstahltank hat Rost keine Chance. Zwischen dem Pumpengehäuse und dem Motor ist eine mechanische Dichtung verbaut, damit Wasser nicht in den Motor eindringen kann. Dank dem angebrachten Manometer lässt sich der Druck einfach und schnell ablesen. Das Laufrad besteht aus formbeständigem Norue. Das komfortable Haushaltswerk schaltet nach Wasserbedarf automatisch ein, als auch wieder aus. So funktioniert es äußerst kostengünstig und umweltfreundlich. Einen weiteren Vorteil bietet der automatische Thermoschutz, der bei Überhitzung des Motors für eine automatische Sicherheitsabschaltung sorgt. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Hauswasserwerk-Test ist der Einhell GCWW 1046 N. Das Einhell Hauswasserwerk GCWW 1046 N ist eine sinnvolle Möglichkeit zur Nutzung von Brauchwasser, um Bewässerungsanlagen wie Rasensprenger, Waschgeräte und vieles mehr mit Klarwasser zu versorgen. Ausgerüstet ist das Hauswasserwerk mit hochwertigen Gleitringdichtungen und einem thermischen Überlastschutz, der Überhitzungsschäden am Motor verhindert. Das Manometer gibt jederzeit Auskunft über den Wasserdruck. Bei einem Druckabfall wird die Pumpe automatisch durch den Druckschalter eingeschaltet. Der Stahldruckkessel verfügt über ein Behältervolumen von 20 Litern und kann zudem mit den Bohrungen am Pumpenfuß am Einsatzort befestigt werden. Das Hauswasserwerk hat auf der Saugseite ein 1 und ein Viertel Außengewinde und auf der Druckseite ein 1-Innengewinde aus robustem Metall. Um Frostschäden in der kalten Jahreszeit zu vermeiden, kann zurückgebliebenes Restwasser über die Wasserablassschraube einfach entleert werden. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.